Hier ist schon was hier ist. Schu-u-u-r-e-s Da kommt ein Scaf von oben runter gelaufen. Ok. Könnt ihr das kurz... Ah näh , mein Lieber! und ein Minus und ein Minus Das ist ein Klee. Das ist ein Klee. Das ist ein Klee. Ich habe in meinem Leben gehofft! Holy fuck! Holy shit, dude! That was crazy. Oh my god! That was the nastiest shot I've ever hit in my Tarkov career. I'm done. No, I'm not. I'm sorry! I'm sorry! Look at that! OHHHHH Nein! Ich werde es schreit, Mann! Mann, alle waren so gut! Ich bin so gut, Mann! Oh mein Gott, Mann! Was ist das? Das ist das Hack? Was ist das, Mann? Was ist das? Wollower подними, bl***! Их трое, нахуй там! Этот обосрался, убежал! Этот упал! ... 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 Aber es ist lustig, zu spielen in Lubs, ohne Lüten. Ich kann es sagen, dass dieser Mann im Normen spielt. Er spielt um zu lösen. Die anderen sind nur für Krieg. Und sie spielen schnell, du kennst dich? Verstehst du? Wenn ich spiele schnell, das ist wie es geht. Wenn ich spiele smart ist, ist wirklich schrecklich. Was ist das? Bro, was ist das? Hahaha! Oh! 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 Ich glaube, du wirklich glaube ich, dass ich das habe. Hahaha! 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 Irgendwie habe ich das Gefühl, da kann nur noch die PKM und PKP haben. Kann das sein? Hör ich. Wie ist das? Was denn die Blu ist? Es ist ein Verwur. Es ist ein Verwur. Pocze, poze, 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 poze! Ich habe einen besseren Räumen. Ich habe einen besseren Räumen. Okay. Ok Ich kuck mal, da ist er, wo du bist. Ich fasse granat. Nein, 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 ne lebe. Ich bin ich jetzt auf die Grenadier. Das ist ein bisschen mehr als ich. Ich weiß, ob ich hier im, was ich auf der anderen Seite. Ich bin der Grenadier. Ja, das ist der Grenadier. Ich bin der anderen Seite. Ich würde mich auf den zweiten zu verraten. Ja, Mama! Na gut! 3 Oh no You just sit and do that Yeah, what did they call it a 16-bit yeah Enjoy Thanks Colin I love you Kill me Oh, I gotta kill you I'm the type of dude that will always be ageless I'm the type of dude that will always feel shameless I'm the type of dude that they say is fucking heineless Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous Outro 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 Outro